Es tut mir ja furchtbar leid, aber das wird was mit uns. Es war so zwei oder drei Wochen vor meinem Geburtstag. An dem Abend konnte ich gar nicht einschlafen. Ich habe mich gefragt, ob ich beim ersten Mal irgendwas falsch gemacht habe. Emily! Winter? Haben wir ja Winter? Winter? Welcher Tag ist heute? So ein beschissener, miese, eiskalter Freitag im Februar halt. Das kann doch nicht sein. Wieso ist denn Emily wieder am Leben? Ich weiß, es klingt verrückt, aber ich habe diesen Moment schon erlebt. Ich bin diesem Mann begegnet. Wir waren ein Paar. Aber jetzt ist alles wieder früher. Du wirst dich in mich verlieben. Am 12. Mai. Keinen Tag vorher und vielleicht auch niemals danach. Ich liebe dich, Juliane. Bitte bleib. Ich muss einem Gefühl vertrauen, egal was sie dir sagen. Haben wir uns schon mal irgendwo gesehen? Ich komme sofort zu dir. Bleib, wo du bist. Anhalten! Lieber Gott! Mach, dass ich morgen wieder bei August aufwache. Und dass er mich erkennt. Ich bin recht. Vielen Dank.